Neuen Season der Regional Championship und damit auch quasi der Pro Tour bekommen, was sehr interessant ist, gerade von Europa ausgehend, das hat ja momentan, also es gab in allen Bereichen, muss man so sagen, ein Wechsel der Tournament Organizer und wir wollen ein bisschen darüber besprechen, was der Grund sein könnte und was das für Folgen haben könnte. Aber wir fangen mit dem Wichtigsten zuerst an. Wir haben bisher in Europa und auch im afrikanischen Raum, also in dem sogenannten EMEA, europäisches, mittel-eastern und afrikanisches, hatten wir Legacy European Tours gehabt. Die sind ab der zweiten Hälfte von 2024 raus und zurück kommt TournamentCenter.gg, die sich dann umbenennen werden in European Magic Series. Hast du schon mal was von TournamentCenter gehört und hast du auch schon Erfahrungen, wie sie ihre Turniere organisieren? TournamentCenter ist großartig. TournamentCenter ist geil. TournamentCenter macht nämlich Coverage. Sehr gut. Also das kann ich zumindest schon mal sagen und das wahrscheinlich dann auch von den Regional Sachen. TournamentCenter ist ein sehr beliebter, unter den Judges ein sehr beliebter Organisator, vor allem im Vergleich zu Legacy. Abgesehen davon, dass sie natürlich einen wesentlich besseren Namen haben als Legacy, man nennt sie ein Unternehmen ja auch nicht irgendwie Pioneer oder Modern, man macht dann irgendwelche Turniere. Aber TournamentCenter wird ein Aufatmen geben, gerade wie gesagt, was die Judges angeht, sind da die Leute sehr, sehr happy. Und am Ende des Tages muss ich sagen, ich bin ebenfalls happy und ich bin gespannt, weil das ist jetzt was, wo ich sage, TournamentCenter traue ich zu, dass sie fair genug sind, anständig zu staffen. Und da würde ich wahrscheinlich sogar auf so einem Regional Championship auch mal tatsächlich judgen wollen. Alleine für die Erfahrungen, einfach für das, was es ist. Kurzer Hinweis dazu, Regional Championships sind sozusagen der zweite Schritt auf dem Weg, der World Champion zu sein. Und zwar läuft es dann halt so ab, dass man die Regional Championship Qualifiers hat, die sind zum Beispiel bei euren Local Game Stores im Ort oder halt im Ort nebenan. Dann gibt es den Regional Championship, die funktioniert halt, sind halt meistens in größeren Städten. Ghent zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Und da haben wir dann halt die Regional Championships und die qualifizieren jemanden für die Pro Tour. In der Pro Tour kann man dann halt gegen andere Leute aus der Pro Tour spielen, wie zum Beispiel Amsterdam wird auch eine Pro Tour sein. Und wenn man da dann gewinnt, kann man an der World Championship teilnehmen und Weltmeister werden. Das ist der grobe Weg. Das heißt, ihr könnt von Local Game Store theoretisch zu Weltmeister werden. Das machen halt jeweils verschiedene Leute. Regional Championship Qualifiers, wie gesagt, eure Local Game Stores. Regional Championships, jetzt demnächst Tournament Center, bisher Legacy, zumindest für unseren Bereich. In den anderen Bereichen hat es, wie gesagt, auch gewechselt. Und Pro Tour beziehungsweise World Championship macht Wizards, glaube ich, sogar noch selber. Genau. Also ab der Pro Tour gibt es quasi die offizielle Version. Da wird es ja auch auf den Magic Cons eben angeboten, die verschiedenen Pro Touren. Und quasi, wenn man den Regional Championship einmal abgeschlossen hat, dann ist man quasi in den Händen von Wizards of the Coast und hat dann einfach die Pro Tour Benefits. Und wenn man sich da halt eben qualifiziert für die World Championship, dann ist man auf jeden Fall sehr, sehr bekannt, würde ich sagen. Ich fand immer der Weg bis zur Pro Tour ist immer so ein etwas steiniger bisher gewesen. Ich glaube, war nicht sogar letztes Wochenende, war doch auch eine Modern Regional Championship von Legacy. Also von Legacy European Tour. Genau, in Ghent. Genau, in Ghent. Und das war halt auch was, ich habe persönlich nur davon erfahren, weil Andrea Mangucci es auf Instagram gepostet hat. Ich habe davon erfahren, als MTG Malone tatsächlich die Möglichkeit geboten bekommen hat, mal Modern zu spielen und davon auf Twitter gepostet hat. Ja, es sind halt immer die Content Creator und nicht halt die offiziellen Sourcen. Es gibt nichts von Wizards of the Coast selber, die ankündigen, wenn so ein Regional Championship angeht. Und das ist vielleicht einer der Probleme, zu dem wir vielleicht kommen, warum die Turnier-Organizer das gewechselt haben. Und wie du schon sagst, also Tournament Center, ich persönlich habe jetzt noch keine Berührungspunkte mit denen gemacht, aber ich vertraue da auf jeden Fall dann Aussagen. Und wenn sie da halt wirklich Coverage machen und auch gute Coverage machen und das halt auch gut kommunizieren, dann kann das auf jeden Fall was ziemlich Cooles werden. Ich würde mir ja wünschen, dass sie noch mal die offiziellen Wizards of the Coast, also Twitch.tv slash Magic, glaube ich, einfach für solche Sachen nutzen würden, wenn halt wirklich Events irgendwie daran teilnehmen, dass halt eben die Turnier-Organizer eben sagen können, okay, wir streamen da drauf und alle kriegen das auf jeden Fall mit und können da reinschauen, egal wo das in der Welt ist. Es ist halt schon alleine gut, du siehst halt, dass tatsächlich die auch nicht nur Magic machen, sondern die haben auch Yu-Gi-Oh!-Turniere, die haben auch Pokémon-Turniere und sie machen halt eine ganze, ganze, ganze Menge Sachen damit. Und das zeigt halt schon, hey, da sind so viele Sachen, so viele Leute, die dahinter stecken. Da ist halt auch eine Company dahinter, die Ahnung hat, muss man einfach so sagen, wie es ist. Ich bin halt so ein bisschen gespannt, was jetzt diese Entscheidung quasi angerührt hat. Also nur ganz der Vollständigkeit halber, wir haben auch einen Wechsel der Turnier-Organizer in den United States. Ab dem 4. bis 6. Oktober 2024 wird es nicht mehr von Dreamhack organisiert, sondern von Star City Games, die ja auch schon eine Instanz in der Magic-Welt sind. Die kennt man ja auch durch andere Turniere und die machen das ja auch eigentlich durchgehend, anders wie Channel Fireball, die irgendwann aufgehört haben. Und im Mexiko, Central America und Caribbean Regional Championship gab es auch einen Wechsel von Yellow Rabbit zu Necro Tower. Das heißt, hier haben wir halt eben wirklich in den drei Regionen, wo Magic Competitive stattfindet, eben drei neue Wechsel. Glaubst du, das hängt mit einer zentralen Strategie zusammen, dass man da irgendwie jetzt, dass William Jensen sich gesagt hat, nee, wir müssen da anständige Leute dran haben, lass uns mal wieder zu den OGs zurückgehen mit Tournament Center und Star City Games? Oder was glaubst du, ist die Motivation dahinter? Legacy war ja auch ein OG. Legacy ist ja auch ein alter Tournament-Organisator. Und ich muss sagen, ich glaube, es ist ähnlich wie bei der Deutschen Bahn. Jetzt müssen nicht alle wegrennen. Sondern die Streckenabschnitte werden halt tatsächlich an Unternehmen sozusagen vermietet oder verpachtet in dem Moment. Und ich glaube, das ist hierbei auch, dass einfach Pachtverträge für EMEA, Mexico, Central America, Caribbean Region und United States einfach ausgegläufelt sind. Und dann setzt man sich an den Verhandlungstisch und sagt, hey, wer macht es am günstigsten? Und wer macht davon tatsächlich den coolsten Shit? Und wer will es überhaupt machen? Und naja, wenn halt dann, also es kann auf der einen Seite sein, dass diese Firmen sich teilweise gar nicht mehr an den Tisch gesetzt haben. Also ich kann mir gerade bei Legacy, die ja teilweise sehr herbe Verluste eingefahren haben, auch vorstellen, dass die gesagt haben, hey, wir machen das einfach nicht mehr. Wir haben da keine Lust mehr drauf. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass die einfach sich an den Tisch gesetzt haben, ein Angebot abgegeben haben, aber eben von Tournament Center oder halt von den anderen überboten sind oder halt unterboten in dem Fall. Und ja, das sind halt Sachen, die passieren hinter verschlossenen Türen. Aber dadurch, dass es drei große Regionen sind, die zeitgleich alle eine neue Position bekommen, gehe ich einfach davon aus, dass die Möglichkeit ab dem Oktober einfach ausgelaufen sind. Dass die Verträge bis Oktober liefen oder halt bis November, nee, Oktober, wer kommt vor Oktober, September. So bis September liefen oder so und danach neue Leute gefunden wurden. Und ich glaube, das wird hier auch der Fall sein. Es wird einfach der Fall sein, hey, Verträge sind ausgelaufen, hier sind neue Verträge, wer macht's, wer hat Bock? Und die Firmen haben sich gemeldet. Ja. Und was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, bei Tournament Center, wenn man auf der Webseite geht, momentan geht da halt noch nicht viel. Die sind ja jetzt erstmal wieder quasi aus der Pause wieder zurück sozusagen und finden sich jetzt ein. Aber ich finde, die Informationsbasis ist jetzt schon besser als bei der Legacy-Webseite, wo man teilweise überladen wird von verschiedenen Informationen, die vielleicht vielleicht auch nicht relevant verhindern werden. Hier sagen sie zum Beispiel, dass sie bewusst sind, dass viele Leute sehr excited sind, was diese neue Season angehen wird. Und sie planen, ein neues Update zu schicken am 19. Februar. Man kann sich auch für die Newsletter eben anmelden und dann eben für alle Leute, die da Competitive dann Interesse haben, um da eben up-to-date zu bleiben. Auch Discord-Server und Twitter-Accounts sind da hinterlegt. Also, wenn ihr plant, in Zukunft vielleicht Competitive zu spielen, dann ist das auf jeden Fall was, was man im Blick behalten sollte, wie es dann mit Tournament Center weitergeht, beziehungsweise mit den European Magic Series. Und wir sind gespannt, wie denn Coverage-mäßig das weitergeht. Ich hab so ein bisschen die Hoffnung, dass es halt nicht nur ein Auslaufen von Verträgen ist, was jetzt quasi mit neuen Unternehmen, mit neuen Konkurrenten quasi aufgefüllt wird, sondern dass tatsächlich eine vielleicht etwas solidere und größere Strategie dahinter steckt. Argumente dagegen wären, dass 20 Prozent der Belegschaft gekündigt worden sind und vielleicht keiner mehr da ist, um das zu organisieren. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht zum Ende Mitte Februar hin vielleicht so eine große Ankündigung kommt, nicht nur von Tournament Center, sondern auch von Wizards of the Coast, die vielleicht auch sagt, hey, es wird wieder Events auf twitch.tv slash magic geben. Wir werden wieder die verschiedenen Events shoutouten. Und es gibt vielleicht einen expliziten Kanal, wo man irgendwie sagen kann, okay, hier sind alle unsere Events für Magic-Spieler, die interessant sind. Dass einfach die Informationsbasis sich nicht auf so viele Webseiten verteilt. Weil das war eben so ein bisschen der Tod für Competitive Magic, meiner Meinung nach, in letzter Zeit ist halt so dieses, wo sind die Qualifier-Events? Wo muss ich hinreisen? Warum sind keine in Deutschland? Und warum beschweren sich die Stores über die viel zu teuren Turnier-Packages, die sie da kaufen müssen? Und vor allen Dingen, wo kann ich vielleicht Last-Minute-Qualifier? Wo gibt's große Events? Wo kann man auch einfach hingehen, um Händler zu sehen und so was? Und das sind einfach alles Informationen, um Spaß zu haben, um so was alles, die halt so ein bisschen fehlen. Und hoffentlich bedeutet diese Änderung eben, dass es da ein bisschen klarere Sachen geben wird. Aber was sagt ihr zu der Rückkehr von alten Tournament-Organisern mit dem Tournament-Center eben für Europa? Habt ihr Bock darauf? Habt ihr euch an Legacy vielleicht ein bisschen gestört, was die bisherigen Qualitäten angeht? Oder dem Namen. Freut ihr euch jetzt? Oder dem Namen? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich freuen, da von euch zu lesen. Bis zum nächsten Mal.